Musik Du kennst sicherlich die Bezeichnung der Heiland. Der Heiland, das ist heute ein sehr, sehr unüblicher Begriff geworden. Das hat so die Oma gesagt. Oder vielleicht in der Kinderstunde gab es das noch früher. Ansonsten ist das heute ein Begriff, den wir überhaupt nicht mehr verwenden. Heiland klingt sonderbar. Weißt du, dieser Begriff ist grandios. Es ist nämlich eine ganz tiefe Wahrheit drin enthalten. Ich lese dir etwas vor aus Jesaja. Siehe, Gott ist mein Heil. Der Herr ist meine Stärke und mein Loblied und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und werdet an jenem Tage sprechen, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Hier wird mehrfach das Wort Heil verwendet. Im Alten Testament. Weißt du, wie die hebräische Bezeichnung für Heil lautet? Welches Wort da verwendet wird? Jeschua. Jeschua. Der Name Jesus. Jesus ist Jeschua auf Hebräisch. Und das Wort bedeutet Heil, Rettung, Erlösung, Befreiung oder eben Heiland. Es ist etwas, was genau auf diesen Punkt kommt. Jeschua ist Heil. Und deshalb ist für uns wichtig, dass wir ein Verständnis für diesen zentralen, extrem wichtigen biblischen Begriff bekommen. Unser Heil. Nun, ist es so, wie es auch hier in diesem Vers heißt, siehe Gott ist mein Heil, dass wir natürlich hier sehen, Jeschua als Retter ist, ist unser Heil. Als Person ist er gekommen und bildet unser Heil. Jeschua und das Heil sind untrennbar miteinander verbunden. Das Heil ist eine Person, der Retter, der Erlöser, Jeschua, Jesus Christus. Er ist das Heil. Und das ist das Heil, von dem die Bibel auch spricht. Unser Heil. Und weil es eine Person ist, haben unsere Väter im Glauben danach gesucht, wie können wir das verbinden, wie können wir einen Begriff finden, der zum einen dieses wichtige Wort Heil bringt und zum anderen klar macht, es ist eine Person. Und deshalb kam sie zum Begriff Heiland. Derjenige, der das Heil verkörpert in sich. Christus. Jeschua. Nun, in Deutschland haben wir natürlich ein außerordentlich furchtbares Erbe mit diesem Begriff Heil. Wir haben eine Geschichte, wo ein satanisches System, eines der bösesten, verrottendsten Systeme, die es jemals auf diesem Globus gegeben hat, die Nazis, diesen Begriff in perfider Weise missbraucht haben. Ja, sie haben einen falschen Führer gehabt und haben ihm Heil zugerufen, Heil Hitler. Weißt du, wie sich das eigentlich anhört? Jeschua, das ist nicht lustig, das ist furchtbar, das ist furchtbar. Und sie hatten einen falschen Propheten, Goebbels, und sie hatten ein falsches tausendjähriges Reich. Es war ein zutiefst satanisches System. Und dort wurde dieser Begriff, der so wichtig und zentral ist, korrumpiert, verdorben. Und es ist ja fast nicht erlaubt, den Begriff Heil zu verwenden, weil er so ein negatives Erbe hat, wie Satan diesen Begriff in den Schmutz getreten hat. Aber weißt du was? Wir dürfen uns dieses wichtige, wichtige biblische Wahrheit nicht rauben lassen. Das Heil ist eine Person. Es ist unser Herr. Es ist unser Erlöser. Es ist unser Erretter. Jeschua, Jesus Christus. Er ist das Heil. Und ich habe beschlossen, ich werde mir nur, weil der Feind diesen Begriff missbraucht hat, nicht rauben lassen, dieses Wort zu gebrauchen. Das Wort vom Heil, das Wort von der Erlösung mit allem, was dazugehört. Und in dem Sinne glaube ich, dass der Herr uns da weiterbringen wird. Ich wünsche dir, dass du eine persönliche, tiefe Herzens- und Liebesbeziehung zu deinem Heiland hast. Das ist das Wichtigste, was du in diesem Leben hier überhaupt erringen musst. Ich wünsche dir, dass du erkennst, Gott hat mehr für dich.